Penny, warum können Frauen besser betrügen als Männer? Weil wir das Vortäuschen gewohnt sind? Männer unterschätzen uns immer. Und das nutzen wir aus. Ist das wertvoll? 500.000 Dollar. Ich find's schön, weil's glitzert. Ich könnte der Partner sehen, der dir immer gefehlt hat. Bring mir deine Sugar Baby Masche bei. Lass den Tauben los! Sie meinen die Tauben, oder? Keine Angst, Darling. Sie schießt miserabel. Das hab ich nicht erwartet. Glen Girls. Jetzt im Kino.